Peter Wietzorek ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Im Jahr 1979 hat er in der deutschen Fußballnationalmannschaft der Amateure-Dreiländerspiele absolviert. Der Abwehrspieler des DSC Wanne-Eickel hat von 1978 bis 1980 in der 2. Fußball-Bundesliga 69 Ligaspiele absolviert. Laufbahn Der Defensivspieler des 1. Oktober 1969 gegründeten DSC Wanne-Eickel gewann mit den Schwarz-Gelben aus dem Sportpark Wanne-Süd in der Saison. 1977-78 in der Verbandsliga Westfalen mit 5 Punkten Vorsprung vor der SPV G.G. Erkenschwick in der Gruppe 2 die Meisterschaft. In zwei Spielen setzte sich der Lokalkonkurrent von Sportfreunde Wanne gegen den 1. FC Paderborn. In den Endspielen um die Westfalen-Meisterschaft durch den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga erreichte die von Bauunternehmer Robert Heitkamp unterstützte 11 in den Gruppenspielen gegen SC Victoria Köln, VfL Wolfsburg und den 1. SC Göttingen. Dem Aufsteiger glückte ein 1978-79. mit 35 zu 41 Punkten der 13. Rang in der Gruppe Nord und Wizzorek hatte in 37 Ligaspielen in der Abwehr mitgewirkt. Gestartet war der deutsche Sportklub in die 2. Bundesliga am 29. Juli 1978 mit einer 2 zu 4 Auswärtsniederlage bei Hannover 96. Die Elf von Trainer Günter Lutrop und den Mitspielern Norbert Lücke, Klaus Wieniewski, Roland Kosien und Ingo Petern überraschte mit dem Klassenerhalt. In der Rückrunde wurde Wizzorek vom damals verantwortlichen DFB-Trainer für die Amateur-Nationalmannschaft Erich Rebeck in drei Länderspielen im April, Mai und Juni 1979 zum Einsatz gebracht. Der Verteidiger des DSC debütierte am 18. April in Pristina im Länderspiel gegen Jugoslawien in der DFB-Amateurauswahl. Valentin Herr stand im Tor und zusammen mit Rainer Rühle, Walter Kubanzück und Josef Stadler bildete er bei der 2 zu 3 Niederlage die Defensive. Am 9. Mai führte der DFB das nächste Länderspiel der Amateure durch und trat in Le Havre gegen Frankreich an. Die Abwehrformation war gegenüber dem Spiel in Pristina lediglich in der Personalie mit Rainer Pries für den verhinderten Ulmer Kubanzück verändert. Das Spiel wurde mit 1 zu 3 Toren verloren. Der dritte Einsatz in Folge fand für Wizzorek am 6. Juni in Kadiz gegen Spanien statt. Jetzt debütierten Roland Dickieser vom SV Waldhof und Hans-Jörg Stiller von Fortuna Düsseldorf neben Rühle und Wizzorek in der DFB-Abwehr. Im dritten Länderspiel feierte der Mann aus Wanne-Eickel mit einem 4 zu 0 Erfolg den ersten Sieg im Nationaldress. Als die Olympia-Qualifikation am 13. September mit dem Spiel in Oberhausen gegen Finnland begann, gehörte der DSC-Akteur nicht mehr dem DFB-Amateur-Kader an. Unter dem neuen Trainer Anton Burkhardt belegte die Mannschaft aus Herne 2 DSC Wanne-Eickel in der Saison 1979 80. den Elf Platz und war mit 36 zu 40 Punkten klar von den Abstiegsrängen entfernt. Durch freiwillige Rückgabe der Profilizenz an den DFB im Frühjahr 1980 war nach zwei Runden das Abenteuer 2. Bundesliga für den DSC und Peter Wizzorek beendet. Der Defensivakteur hatte im zweiten Jahr 32 Ligaspiele neben Torjäger Lücke, Torhüter Heinz Blasey und dem Ex-Schalker Jürgen Sobirey bestritten. Mit der 1 zu 3 Auswärtsniederlage beim Wiesemeister Rot-Weiß-Essen mit Willi Lippens und Frank Mill endete am 31. Mai 1980 das Kapitel 2. Bundesliga. Der Ex-Amateurnationalspieler blieb dem DSC in der Amateuroberliga Westfalen treu und errang in der Saison 1984 85. mit seinem Verein die Wietzenmeisterschaft. In den Spielen um die deutsche Amateurmeisterschaft zog er mit seinen Mannschaftskameraden unter anderem Norbert Lücke und Ralf Regenbogen in das Finale am 22. Juni 1985 in Bremen gegen die Amateurelfe des Bundesligisten SV Werder Bremen ein. Die mit Gunnar Sauer, Dieter Eilz, Dirk Leleck und Frank Hordnewitz bestückten Werder-Amateure setzten sich mit einem 3 zu 0 Sieg durch. Weblink. Peter Wietz-Zureck in der Datenbank von fußballdaten.de